Herzlich Willkommen zurück bei Anno 2205. Wir sind ja hier in unserem Dingens immer noch, wo wir letzte Folge aufgehört haben und warten ja gerade noch auf die Biopolymere. Die haben sich jetzt ein bisschen erholt in der Aufnahmepause und da schauen wir gleich mal ein bisschen weiter. Wir machen mal das alles hier und dann denke ich mal, wird uns demnächst der Saft ausgehen. Huch, da haben wir auszusehen schon einen mehr, aber ist ja egal. Ist ja egal. So, machen wir die auch noch. Die brauchen wir jetzt Polizei. Jetzt haben wir noch viel Saft, den müssen wir jetzt unbedingt erweitern, denn sonst kriegen wir da ein klitzekleines Problemchen. Also schauen wir mal, wo... Natürlich fehlt es hier. Dadurch, dass hier jetzt auch mehr Bevölkerung lebt, quasi. So haben wir hier überall minus 12. Aber es wird gar nichts mehr angezeigt. Jetzt sind wir wieder im Plus. Okay. Keine Ahnung. Aber jetzt brauchen wir wirklich Saft. Jetzt brauchen wir wirklich Saft, weil sonst... ...kriegen wir da ein klitzekleines Problem. Saft kriegen wir hier. Und ihr seht schon, 1075 holen wir uns ja quasi schon... ...aus diesem Sektor. Und dann bauen wir einfach mal nochmal ein paar Obstplantagen. Oder haben wir noch Obst? Ne, wir haben gar nichts mehr. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Platz. Nur schon, dass das mit der Energie wieder hinhaut. Zur Not müssen wir wieder ein paar Module bauen, aber mit 199 Iridium ist dann nicht viel. Ja, machen wir so. Ursache, fehlende Waren. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, machen wir mal so. Haben wir ja noch irgendwo einen freien Bauplatz, wo wir eventuell noch ein Kraftwerk bauen könnten. Wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt schlecht. Dann müssen wir mal kurz auf diese Insel. Müssen wir uns die Insel schnell kaufen, dass wir mehr Energie kriegen. Aber wir können sie ja trotzdem schon mal erweitern, sag ich mal. Bei Saft ist halt das Problem, der wird halt relativ viel verbraucht. Wobei dann komischerweise die Nahrung relativ langsam nach unten geht. Das wird dann wahrscheinlich das nächste sein, dass wir dann den Reisverbrauch etwas erhöhen müssen. Oder Reisproduktion. Gebiet beanspruchen. Expansionsgebühr 2 Millionen. Na schön. Naja. Wenn es so ist, dann machen wir das halt so. Dann zahlen wir halt diese Expansionsgebühr. Klatschen da schnell die Dinger hin. So. Dann machen wir... Credit ist eigentlich egal. Arbeitskraft. Das wäre wichtig. Dass nicht so viel Arbeitskraft verloren geht. 250. Da ist schon wieder so eine blöde Mücke herin. Ach Gott, Le. Immer diese Blutsauger. Dann brauchen wir die Entsaftungsanlage. Die bauen wir so. Dann so. 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 Und das ist eigentlich das, was ich jetzt eigentlich immer gemacht habe. Wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Anno weiter gespielt habe. Da war es eigentlich immer nur irgendwas produzieren. Irgendwas erweitern. Irgendwo eine neue Route einrichten. Die Route wieder effizient machen. Also es war eigentlich jetzt nicht wirklich was Großes. 204. Das müsste... Das müsste reichen. Die Route ist noch nicht voll. Da machen wir mal... So machen wir das mal. Jetzt haben wir wieder plus 200. Dann können wir jetzt mal wieder reinschauen und dann mal wieder schauen. Ne, wie wir da weiter verfahren. Ob wir gleich die nächste Stufe aufmotzen können. Oder ob wir erst mal... Ach, wir hätten noch 15 Arbeiter könnten wir noch aufsteigen lassen. Das machen wir doch glatt mal. Dann sind wir nämlich beim Maximal, aber... Doch, jetzt dauert es noch ein bisschen, bis die Pfeile aufploppen. Waren es alle? Das waren alle. Jetzt haben wir 95... Admins können wir jetzt aufsteigen lassen. Das werden wir auch machen. Dazu gehen wir mal nach hier. Machen wir mal hier oben weiter. Wie sieht es denn aus mit dem Rest? Nahrung haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, die neueren Implantate sind jetzt um 40 schon wieder runtergegangen. Das ist natürlich auch wieder... Nicht ganz optimal. So. Man sieht schon, jetzt kommt da auch schon die S-Bahn dazu. Haben wir eigentlich noch Superlegierungen? Oh, da müsste ich mal wieder eine Route einrichten. Die geht nämlich, glaube ich, gerade irgendwo anders hin. Und dann können wir nämlich hier nicht mehr weiterbauen. Ab jetzt brauchen wir alle Gebäude, die dann nämlich Superlegierungen und dann... So. 23 Admins können wir noch aufsteigen lassen. Wenn wir denn Superlegierungen haben, aber... Die brauchen wir jetzt, glaube ich, auch für die S-Bahn. Ne, brauchen wir gar nicht. Müssen wir mal schauen, wo fehlt es denn? Hier hinten. Hier hinten. Da klatschen wir einfach mal hier... Nochmal in der S-Bahn hin. Bevölkerung geht nach oben. Bilanz bei 76.000. Aber jetzt brauchen wir schnell Superlegierungen. Nein, ich will nicht in die Börse, ich will hier rein. So. Dann schauen wir mal. Filmenstufe 83. Sehr schön. Aber wo habe ich denn die Superlegierungen... Wo gehen die denn gerade hin? Die kommen, glaube ich, von hier und gehen... Ach, nach Wildwater Bay. Genau. Denn da ist ja... Die mal weg. Denn da brauche ich dir für die Fabriken größtenteils... Machen wir eine neue Route. Arktis. Superlegierungen von hier nach da. Aber 19, das ist ein bisschen... Ach, genau. Die Fabrik produziert, glaube ich, nicht mehr auf voller Auslastung. Weil da irgendwie, glaube ich, Rohstoffe fehlen. Weil ich die für eine andere Fabrik genommen habe. Irgendwie so. Module einsammeln. Vertrau mir. Davon haben wir alle was. Für Seyman bekommen wir... Seltene Rohstoffe. Aber seltene Rohstoffe brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so. Mir wäre lieber, als wären... Hm. Das ist jetzt eben die Frage. Aktuelle Effekte. Ja, das Problem ist... Wir kriegen den Effekt ja nur... Wenn alle für... Eine bestimmte Firma. Und das ist immer... Seyman International war für sie ein gewinnbringender Partner. Sollten sie uns daher nicht unterstützen? Ja. Und das ist immer Lei Sheng wegen der Energie. Weil du halt die Energie... Sektoren, Projekte und so billiger kriegst. Und die ganzen Energiefabriken billiger bekommst. Da wird niemand was anderes nehmen. Weil es einfach... Einfach ist. Es ist einfach einfacher. Weil du dann halt schneller an Energie kommst und günstiger. Und vor allem dann auch große Kraftwerke schneller bauen kannst. So. Sieht da schon ganz gut aus. 700.000 haben wir jetzt schon voll. Das ist ganz gut. Aber wieder 400.000 dazubekommen. Wieder 30 Iridium. 50 Grafen. Grafen haben wir mittlerweile über 6.000. Das ist sehr gut. Hier können wir nichts mehr aufmotzen. Es ist einfach großartig hier. Ihr seht schon, wir haben jetzt 400 Arbeiterhäuser. 422 Adminhäuser. 357 Manager. Und 164 Investoren. Das heißt, diese Häuser haben wir gerade. Das heißt, es sind um die 1300, 1400 Häuser sind es im Moment, was wir hier haben. Und leider habe ich keinen Platz mehr. Wir haben jetzt alles voll gebaut. Das hier ist alles voll. Das Einzige, was wir noch machen können, dass wir diese Fabriken auch auslagern. Dass wir hier noch Häuser bauen. Dann können wir wieder ein paar aufsteigen lassen. Aber mal schauen. Aber vielleicht geht es ja. Dass wir die eine Million hier voll kriegen. Denn in diesen Häusern sind ja bloß 500 drin. Und jetzt kriegen wir dann gleich 2000 dazu. Wenn wir dann auf Investoren aufmotzen. Die Nahrung ist fast weg. Intelliware ist auch fast weg. Luxuskost ist auch fast weg. Denn jetzt kommt nämlich das, was die hier brauchen. Die Manager, die brauchen viel Intelliware. Viel bionische Erweiterungen. Das geht aber noch. Ich würde sagen, wir machen das Ganze dann mal so. Ich glaube nur vier, so. Du kostest ja wahrscheinlich acht Superlegierungen, wenn mich alles täuscht. Dieser Ausbau. Natürlich acht Superlegierungen. Wieso, du kannst doch einwandfrei hier... So, schauen wir mal, ob wir nicht doch noch irgendwie ein bisschen Superlegierungen aus... ...der Fabrik hier rauskitzeln können. Schauen wir mal. Superlegierungen werden irgendwo in irgendeiner Fabrik gemacht. Hier. Genau, weil hier Aluminium fehlt. Wegen... ...wegen einer bestimmten Fabrik... ...fehlt hier das Aluminium. Dann bauen wir auch noch mal einen Plasmaschmelzer. Nehmen wir mal das hier. Plasmaschmelzer, wenn der Kobalt schreibt, Molybden. Aber Kobalt ist das Problem, das gibt es nur in einem anderen Sektor. Das müssten wir auch importieren. Molybdenminen produziert Aluminium. Und das bräuchte ich eigentlich. Das bräuchte ich eigentlich. Wieder eine neue Filmstufe. Wunderbar. Das sind jetzt vier Module. Die könnte ich hier hinbauen. Aber ich bräuchte ja das Modul auch noch. Ich gucke mal Gletscher. Methaneis. Ja. Da sind wir eh gerade. Und diese... ...Katastrophe... ...ist eigentlich nur, dass wir jetzt für 40 Minuten nichts bauen können. Dann holen wir halt mal das Eis. Methaneis haben wir ja hier. Das Problem ist, wir brauchen noch mehr Aluminium. Alu. Der macht Metallschaum. Der macht eh schon nur, nur vier. Das ist die Aluminiummine. Aber wir könnten... Wir könnten... Das hier könnten wir mal schließen. Das schließen wir mal. Jetzt geht es vier nach unten. Ach guck mal, jetzt haben wir sechs mehr Aluminium. Weil wir die Mine geschlossen haben. Das Problem ist, die Molybden-Mine produziert glaube ich 15. Da können wir keine abreißen. Aber es sind hier mittlerweile auch alle Bauplätze voll. Deshalb habe ich ja dann auch den anderen Sektor genommen. Da haben wir das Kraftwerk. Das einzige, was wir machen könnten, wäre, dass wir mehr Methaneis produzieren. An einem Küstenbauplatz. Aber dazu brauchen wir mehr Arbeiter. Und dann ein großes Kraftwerk nochmal ausbauen, so wie das hier. Dass wir dann quasi dieses Ding hier wegreißen können. Und an der Stelle dann eine Aluminiummine. Dann müsste das gehen. Aber jetzt müsste die Bilanz... Produktion 27. Okay, wir haben jetzt acht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Achso, ich kann ja nichts bauen. Stimmt. Stimmt. Jetzt würden wir zweimal irgendwelche Waren transportieren. Wahrscheinlich ist die zweite Ware wieder irgendeine, die es in diesem Sektor nicht gibt. Dann müssen wir mal schauen. Routen. Von hier nach da. Superlegierungen. Machen wir mal so. Plus 27, dann geht wieder ein bisschen was. Du lädst mir hier schön ab. Früchte. Aus dem Raumhaufen. Jetzt ist natürlich so. Wo soll ich jetzt hier Früchte haben? Jetzt muss ich da extra wieder eine Route einrichten. Neue Route. Früchte von hier nach da. Bestätigen. Ja. Transferroute nimmt Betrieb auf. Das ist eben das. Du musst halt alles irgendwo immer fünfmal machen. Und so. Oh, wir haben schon wieder acht Millionen. Konto-Limit liegt bei 8,6. Und wir müssen jetzt dann doch mal in die Börse, weil dann können wir, glaube ich, noch ein Sicherheitskonto, können wir dann, glaube ich, noch nehmen von... Ich glaube, dann noch mal fünf Millionen dazu als Sicherheitskonto. Irgendwie. So. Das haben wir da. Da, 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 da. Das denn da? Ja, so, jetzt müssen wir mal schauen. Machen wir mal so. Das war die ganze Reihe hier, oder geht ja nicht ganz. Jetzt müsste die Bevölkerung nach oben schießen. Nein, das waren jetzt zehn Häuser oder zehn oder zwölf Häuser. Genau, jetzt geht es ja dann auch schon in 200er Schritte nach oben. Das finde ich sehr gut. So, nur das hier ein bisschen im Auge behalten. Das dürfte jetzt normal nicht viel weiter runtergehen, denn jetzt müssten die Quantencomputer und die Androiden runtergehen. Genau. Denn das Intelliware und das geht ja nur runter, wenn ich die, 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 die Admins aufmotze auf die anderen Dinger da. Denn dann wird der Verbrauch erhöht von diesen bestimmten Gütern. Und deshalb werden die dann auch weniger. Jetzt wird Luxuskost wieder weniger, genau. Und dann haben die die ja schon. So. Das geht, das geht auch. Dann haben wir Position 30 und holen wir uns noch 13 von irgendwo. 27, das ist schon gut. So, ein bisschen weiter noch. Und das mit dem Reis und den Waren, das mache ich dann wieder im Off. Weil das ist dann wirklich wieder nur Fabriken bauen. Routen einrichten, Fabriken bauen, Routen einrichten. Und ein paar Häuser bauen natürlich, dass wir Arbeitskraft kriegen. Aber, naja. Mal schauen, vielleicht können wir... Aber jetzt ist die nächste Folge... ...bauen wir uns den Energietransmitter, denn wir haben jetzt hier 27.000 Energie. Durch die Bevölkerung Angestellte produzieren 51.000 Energie und Kraftwerke habe ich null. Also die produzieren gar nichts mehr. Das ist schon cool. Das machen wir mal. Wahlbrückbecken brauchen wir, den Energietransmitter. Den machen wir dann aber in der... ...in den anderen Welten dann auch, da brauchen wir... ...fusionsenergiezahlen. Die müssen wir uns vom Mond holen. Da müssen wir aber erst die Fabrik noch erweitern. Mal schauen, ob wir das die nächste Folge machen. Ich denke schon. Die Geschäftserfolge nehmen zu. So, 755.000. Dann würde ich fast sagen, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Ja, wir machen die 800.000. Schauen wir noch, dass wir das wieder noch voll machen. Jetzt brauchen wir Stadion. Investoren. Stadion. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wo wir wieder Platz haben. Denn das Stadion ist recht groß. Hier hatten wir Platz. Jetzt brauchen wir Polizei. Hier unten. Okay, das passt so. Okay, wir sollten auch mal nach hier schnell schauen. Denn die Katastrophe ist jetzt eigentlich nur für... ...dass wir halt für 40 Minuten nicht bauen können. Aber wenn wir halt die Gegenmaßnahmen starten, dann können wir halt hier einfach bauen dann. Das ist das gleiche wie mit den Bergbauplätzen. Wenn die dann irgendwie Erdrutschgefahr haben oder irgendwie so, dass halt die nichts mehr produzieren. Entweder wartest du 40 Minuten, dann hast du halt keine Produktion von Waren. Oder du machst halt die Gegenmaßnahme und bekommst dann halt schneller wieder Zugriff auf die Bergbauplätze. Das ist halt einfach so. Fast 500.000 Investoren haben wir jetzt schon. 200.000 Manager, 10.000 Arbeiter, 61.000 Admins. Die Admins bleiben und die Arbeiter. Nur Manager werden noch weniger und Investoren werden noch mehr. Genau so macht man das. Jetzt wird es wieder hell. Bau kann jetzt fortgesetzt werden, warum auch immer wir das vorher nicht konnten. So, na, gehen wir mal rein. Das ist der Weltmarkt. Die Flotte habe ich, bis auf das hier, habe ich eigentlich alle jetzt schon aufgemotzt, weil ich ja Iridium brauchte. Und das geht einfach schneller, wenn die Schiffe komplett aufgemotzt sind. Und da wir eh fast schon am Kontolimit waren, ist es ganz gut, wenn man dann mal 1,5 Millionen Euro oder Credits sind ja mal zum Fenster rausschmeißen kann. Dann kriegen wir wieder 5 Häuschen dazu. Replikatoren haben wir noch. Androiden haben wir noch. Quantencoms haben wir auch noch. Schwerkraft, Kompensatoren haben wir auch noch. Jetzt brauchen wir wieder die S-Bahn. Oder U-Bahn ist das ja. Bei den Managern. Wo sind wir? Hier sind wir. Das Problem ist, jetzt ist halt wirklich die Sache, dass wir Platz brauchen. Für die ganzen U-Bahnen, die Stadien. Vielleicht bauen wir hier auch aus den Städten Stadien auch mal die Firmenzentrale, denn die erfüllt ja auch sämtliche Bedürfnisse. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Fehlende Gebäude dieser Art. Ach, wir müssen erst noch die restlichen Manager aufsteigen lassen. Da sehe ich nämlich gerade nochmal einen. Ihr seht schon, jetzt sind wir dann gleich wieder am Limit von unserem ganzen Ding hier. Jetzt können wir noch 3 Admins. Können wir jetzt noch aufsteigen lassen. Dann kriegen wir hoffentlich noch einen 4. Manager dazu, dass wir 201 Investoren dann haben. So, komm. Eine Superlegierung noch. Wunderbar. So. Jetzt können wir wieder 4 Manager aufsteigen lassen. Jetzt ist aber irgendeine Ware wahrscheinlich dann aus. Das ist, Luxuskost ist wirklich niedrig. Da muss ich unbedingt schauen, Luxuskost und normale Nahrung. Okay, wir können jetzt 4 Manager Häuser können wir jetzt noch aufmotzen. Dann nehmen wir mal das hier. Müssen wir ein bisschen warten. Aber die 800.000 müssten noch gehen, so wie die Bevölkerung jetzt nach oben geht und da noch 3 Häuser dazukommen. Und 3 Häuser sind ja 7.500. Also müsste es rein theoretisch gehen. Wir sind schon fast Stufe 100. Wir sind schon bei Stufe 89. Also es geht schon ein bisschen was. Vorwärts sind wir bei 791.000. Einwohner, wenn wir jetzt das Einiehaus noch dazu bekommen, dann kriegen wir 500 schlagartig dazu. Und dann noch die 2.000 restlichen. So. Jetzt warten wir kurz ab. Die Bilanz ist fast bei 200.000 wieder. Das ist natürlich sehr gut. 1,6 Millionen Bilanz. Und das Limit von 9 Millionen. Das Limit ist eigentlich immer nur die Stufe, immer plus 100.000. Also bei Stufe 98 haben wir 9 Millionen. Also hätten wir normal 8,9. Haben wir dann aber plus 1. 1,6 Millionen. Zufrieden? Sehr gut. Die sind alle zufrieden. Das macht mich natürlich zufrieden. Und es geht immer noch schön in hunderter Schritten nach oben. Aber jetzt werden die Schritte schon kleiner. Wir bräuchten jetzt nur noch 600 auf die Schnelle. Aber die Schritte werden jetzt schon unter 100. Aber die 800.000 gehen noch einwandfrei. Gar kein Problem. Also 800.000 hätten wir schon. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo wir dann die restlichen 200.000 noch unterbringen. Denn der Platz ist leicht beschränkt. Da muss ich die ganzen Chips und alles noch in andere Länder exportieren. Und dann mal schauen, ob wir hier noch Häuser haben. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Es wird nicht reichen. Das ist eben das Problem. Da muss ich schauen, ob ich nicht hier vielleicht noch Häuser zwischen rein quetschen kann. Das Problem ist halt auch immer, dass wir diese U-Bahnen und das ja alles brauchen. Das ist ja eben das. Und das wäre ja auch nicht weniger. Das sind 60er Schritte sind es jetzt noch bei der Bevölkerung. Aber die eine Million nur in einem Sektor wird schwierig. Also auf alle anderen Sektoren verteilt, das würde gehen. Das wäre gar kein Problem. Weil wir da Platz haben und dann können wir wieder von vorne anfangen. Aber in einem Sektor eine Million Einwohner, das ist schon extrem schwer, sage ich mal. Vor allem das ist ja jetzt der größte Sektor eigentlich. Der Tundra-Sektor wäre vielleicht auch noch relativ groß. Der Tundra-Sektor wäre auch noch relativ groß, aber den müssten wir halt erst komplett trockenlegen. Und das dauert auch seine Zeit. Das einzige, was uns halt noch bleibt, ist hier so quasi alles voll zu klamüsern. Hier alles voll zu bauen, dann können wir wieder ein paar mehr aufsteigen lassen. Ja, das Problem ist, die ganzen Kanten und das alles. Huch, jetzt fehlt bei dem hier natürlich die Straße. Bauen wir den mal weg. Dann bekommst du eine Straßenanbindung. Und dann bekommst du hier noch ein Haus. Weil jetzt könnten wir wieder... 17 Arbeiterwohnungen könnten wir jetzt wieder aufsteigen lassen. Das sind dann aber, glaube ich, nur... Das sind dann nur sieben Adminwohnungen, was dann, glaube ich, eine Managerwohnung wäre. Dann hätten wir eine Investor mit 2500 Leute mehr. Und das ist dann... Naja. Müssen wir mal schauen. Oder wir gehen in die Börse. Das machen wir in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.